und wir halten uns da Richtung Jeserze Ja, da sind wir halt wirklich jetzt, Frontverlauf, das hat man unten schon bei der Stellung gesehen und es ist ein No-Go da den markierten Weg zu verlassen Was da ein bisschen komisch ist, ich weiß nicht, kein Lust am Leben auf der Minentafel Der Wegweiser ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen Da sieht man linksweg Verrata und den normalen Weg zum Osapatsch Da raus bin ich jetzt gegangen, ca. 1300 Höhenmeter in einer Zeit, zweieinhalb Stunden, aber wirklich schön gemächlich Schauen wir mal, was dieser Klettersteig bringt Ja, sowas entspricht halt bei uns nicht mehr Standard, das ist jetzt Standard, aber es geht noch Ja, schauen wir weiter Und dann geht es gleich mal in einer Leuchte überhängt Ja, da ist ein bisschen was glänzt Ich finde das Ganze schon interessant Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik Musik Musik